Willkommen zurück zu einer neuen Folge Haustoffer mit mir AUSON TV. Ja, wir schauen uns erstmal hier rein, aus der Flieger, äh, achso, das kann man adoptieren, okay, wollen wir, äh, wir wollen die Halle auf der Korinther, Farmflip hat man nicht gehabt, äh, gut, gut, eine Farmflip hat man nicht gehabt, die haben wir noch nicht gehabt. Dann startet das gleich, wo ist Molly, akzeptieren wir? Und dann starten wir hier rein. So. Ich kann nicht glauben, wenn es alles angefangen hat, das ist passiert. Schau mal die Barren, die Ruf ist weg, die inside ist ein Biss, und unsere Molly hat verabschiedet. Wir haben sie von der Happy Ranch, wenn sie eine Kaffin war. Sie ist die Apple in meinem Augen. Jo hat sie versucht, zu finden sie für Stunden, jetzt. Ich muss sie mit ihr, es wird es leichter sehen, von meinem Flugzeug. Okay, wo ist Molly? Sehr, lieber Gott, ich hoffe es passt, andererseits mit dem Sound, wenn nicht, dann, ja, weil ich hab ein bisschen das umgestellt, weil man auch in Hamburg haben. So, wir gehen schon verkaufen, sind hier Schirritor, großartig Dachschaden, okay. Ja, ähm. Ja, kaufe wir das, mit Barriere. Und gehen schon kaufen, das tun wir mal gleich. Ja, so, zack, zack, und wunderbar. So, müssen wir hier mal alles ein bisschen aufrollen. Das ist ja mittlerweile ganz gut. So, zack, 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 zack. So, müssen wir mal ausmissen, oder was? Denn ja, selber machen können eigentlich die Hunde. Gut. Hm? So, gut. Und, ähm, so, den ganzen Millioner weg. Und der Instituten aufregeln. Und der Käzer aufregeln, sehr gut. Das ist ja, mal hier. Zapp, zack, zack. und dann reinlegen wir auch noch die verschmutzungen so halt das putzen bisschen die so müssen wir uns angeblich auch okay geht es ich bin hier hoch So, halt hier, da ist auch noch was, ein Fenster das kaufen, äh, sonst hier, oder hier rein. Hopp, sehr schön, okay, ein Fenster, Heuerball, Strohball, Alt, na, so, jetzt holen wir noch ein paar Strohballen. Oh, komm ich jetzt noch hier runter? Ja, komm ich, okay. Ah, halt! Hm, na, ja, hm, gut. Da hab ich nicht ganz aufgepasst. Hä, da hab ich auch ein Fenster. Was wollt ihr von mir? So, komm ich jetzt hin. Ja, gut, keine Ahnung. Äh, Fenster reinigen, wollen wir noch tun? So. 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 Äh, ja. Na, ich hab's aber oben lassen. Also, klein Streifen stehen. So. So. Wie ich auch rein gehen hab, verkaufen. Wiss ich wohl sein können, als weg muss. So. And dann, was kommt, okay. Ja, sieht schön aus, auf jeden Fall, ja, äh, ein bisschen verschmutztes Fensters und hat da hinten noch ein Strohballen, toll. Gut, sehr gut, so. Machen wir hier ein Zorni hin. Und, zack, zack. Hallo. Ah, okay. Gut. Äh, ach so. Gut, äh. Standard, was Lichtschalter ist. Hier hin. So, Leuchtstoffröhren. So, ne, wann. Ach so, und wenn. Äh. Ja. Kann ich schon was dafür? Wenn die so gezeugs haben wollen. Die kann ich nicht, da alles so schwer erlösen ist. So. 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 Machen wir hier. So. ok ja 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 wunderbar ja gut ach da oben noch ein Fenster drin gut ja meine Freunde ich würde sagen das war's für mich in der Folge war's 6 Uhr vorbei bis dann am Trauauftag und ja ciao euer OsternTV